Die KCP Kehrbaum Carbon Prozess GmbH und CoKG mit Sitz in Laddbergen. Als mittelständisches Familienunternehmen sind wir Spezialist in der Verarbeitung und Produktion von Trockenkoks, Anthrazit, Blaskohle sowie Legierungskohle. Mit rund 30 qualifizierten Mitarbeitern versorgen wir europaweit die Eisen-, Stahl- und Elektrodenindustrie sowie artverwandte Industrien. Auf einem Gelände von rund 30.000 Quadratmetern hat die Kehrbaum Carbon Prozess eine moderne und zukunftsorientierte Aufbereitungsanlage errichtet. Unsere SPS-gesteuerte Anlage mit 14 Silos verarbeitet ca. 90.000 Tonnen pro Jahr. Dank unserer eigenen Fahrzeugflotte können wir unseren Kunden eine ausgefeilte und dennoch flexible Logistik anbieten. Wir liefern just in time auf dem Straßen- oder Wasserweg. Wir gehören zu den führenden Herstellern von Prozesskohlenstoffen in Europa. Unsere Kompetenz ist Ihre Sicherheit. Kehrbaum Carbon Prozess